Dauk, Afkador, Weißwasser, gegen Alexander Baratirow, gegen Heldenbogen. Und Vorbereitung, Kampfmauer, 75, Louis Schürer, Eichelmanns Ruggau, gegen Unabhänger Franz. Dauk, Dauk, Dauk! Dauk, Dauk, Dauk! Dauk, 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 Dauk! Dauk, 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 Dauk! Dauk, 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 Dauk! Dauk, 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 Dauk mit einem Ohr 72. Jasja Juschow ist mit dem Töpft gegen Alvin Seifert aus Gardau. Jetzt auf Nürnbau. Nach Facebook aus Nürnbau nach Nürnbau Nach Nürnbau Nach Nürnbau Nach Nürnbau Der Reis hat morgen einen Ballschauer aus Leipzig durch die Reisenspiel gesiegt. Als der Studiebüro schon erreicht, wir hoffen, dass der Reis jetzt den Ball in der Nummer 3 für die Siebzeh. Der Reis hat morgen einen Ballschauer aus Leipzig durch die Reisenspiel gesiegt. Wir binden in Vorbereitung gegen Kampfen-Nummeröl, Uelm 17, Tim Gebauer, Uelm Salle gegen Lukas Spubli, Uelm Zollischoff. Wir binden in weiteren Vorbereitung gegen Kampfen-Nummeröl, Uelm 79, Össerberlief, Malz-Fellerlein gegen Martin Borsch, Uelm Zollischoff. Und bereitet sich vor die Kämpfe, Uelm 80, Uelm Billig, Kaucher gegen Martin Schrömer in Leistenmitte. Und Kampfen-Nummeröl 81 bereitet sich vor Johannes Diebner-Tauser gegen Frieder Warnschneider aus Leipzig. Auf Mathe 3 hat der Alvin Seifer aus Warnow in Nathia Lischoff gewonnen, aus dessen Mitte. Auf Mathe 3 hat der Alvin Seifer aus Warnow in Nathia Lischoff gewonnen, auf Mathe 3. Auf der Mitte 2, Arne Hübler, das war ein Stuhl-Maxims, Lugowski, Agusthaura, Klasse Warnel. Zur Mitte 2 rufen wir jetzt den Platz mit der Nummer 5. 5.17 Uhr, Lugowski, Schörer, Eichelmann, Flughaurig, Thierry, Kummer, Fagabellow, Ressalle.